Musik 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 Jetzt fass auf Ja du musst von der einen Straße da kommen wo du gerade reingefahren bist Ja du musst von der einen Straße da kommen wo du gerade reingefahren bist Ja du bist gerade Opfer einer VDM Die heißt Vehicleserstmatch Achtung Achtung Oh ja das wird jetzt einen ordentlichen Bannhammer hageln Bis gleich im TS Ah das ist blau ich bin im TS schon Was Mixed deal Ey kannst du mich nochmal heilen hier Hast du es aufgenommen? Ja man Guck mal rein Ja ich hab keine Ahnung was das ist alter Normalerweise war das Ding gut zerstörbar Oh oh da ist ein Bulle oder? Ne Halt rein Halt rein Halt rein Halt rein Halt rein Ja Alter, was machen wir denn jetzt? Weil wenn wir jetzt stehen bleiben... ...dann sehen wir was. Ich glaube, dass er die Vorsprung gewinnt hat. Boah, ein Blaugleich. Der ist gar nicht so gut. Der steht nicht irgendwo. Mal links, mal links. Der kommt wieder, der kommt wieder, der kommt wieder. Aussteigen, aussteigen. Wacht, du wirst aufsteigen? Ja, ich kann nicht aufsteigen. Warte, warte, warte. Jetzt hab ich auf, aber noch nicht aufsteigen, ich kann aufsteigen. Hallo, ich fahr jetzt runter. Ja, okay. Ich fahr jetzt runter. Die Bahn ist jetzt die Situation gewesen, ich fahr jetzt runter. Ich konnte nicht aufsteigen. Du hast aufgemacht und dann hab ich noch mal aufgemacht. Ja, ich fahr jetzt runter. Die lassen einfach offen. Ist der noch hinter uns? Ja, warte. Jetzt fahr jetzt eins. Jetzt fahr jetzt eins. Oh, ich bin auf der Nächste. Oh, aussteigen. Aussteigen. Hä, wie kann ich zielen? Schieß, rück einmal schießen, dann kannst du zielen. Ah, jetzt, oder? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Wo denn? Da. Ich schieß nur auf seine Karre. Wo? 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 Von wem? Ich seh nix. Von wo? Alter. Fuck, gib Gas. Wo meine Reifen? Oh Gott. Voll lauter. Boah, leck. Hier schießen die. Hast du gesehen wo? Ah, da oben, glaub ich. So. Da oben steht so'n gelber. Da. Siehst du den gelben? Ne, stimmt, ja. Wo wir hinfahren? Oh, ja, da oben, ja. Boah, ich seh'n ja nicht. Oh, meine Reifen, meine Reifen, meine Reifen, meine Reifen, meine Reifen, meine Reifen. So, jetzt schießt er nicht mehr. Freik raus? Ja. Boah, leck, ich schieß immer noch. Ah, wo? Ich seh' keinen. Oh, leck. Wird was getroffen, Mann. Alter. Oh, leck. Von unten oder von oben? Ich glaub' von unten, ey. Ich bin tot. Wie ernsthaft? Wie ernsthaft? Ja. Ich hab' ausgelöstet. Nichtsachen. Ich hab' ausgelöstet. Wie Tomkowczyk. Bist du in Kavala? Oder bist du da in Dings? Ich bin gleich Kavala, ich lege gerade. Wo bist du? Was denn? Ich hab' grad drei... Bist du des, oder? Ja. Hast du gekillt, oder was? Alle weg. Die wollten mich einfach rauslaufen, Alter. Überfahren? Überfahren? Nee, nee, ich hab' sie alle weggesnackt. Jawoll. Wie hebe ich auf? Wie hebe ich auf? Windows 10. Wollen wir was aufmachen? Ich glaub' ich hab' den Kopf. Naja, 22.000 aufgehoben. Die wollten mich rammen, Alter. Die wollten mich rammen, Alter. So'n Hedge... äh, so'ne Sportlimo. Die wollten mich rammen. Dann sind plötzlich drei Leute mit Gnaden ausgestiegen und ich hab' einfach losgeballert. User joined your channel. Oh, wer kam jetzt? Oh, hey! Komm, fahr' die mal am Markt wieder mal nieder. Die schlagen mich die ganze Zeit nieder und so. Simon. Ja? Hau' die mal alle um, bitte. Hast du mich auf der 80 gedeckt? Ja, warte, ich komm. Komm, bitte fahr' sie alles an. Vorsicht, da steht ein Quart noch rum. Wird bei dir geschossen? Ich hab' grad' mich auf jeden Fall geballert. Die haben alle wieder gejoint und schauen jetzt, ob sie da ihre Sachen noch irgendwie looten können. So geil, Alter. Hau' ich einfach drei Leute weg. So geil. So geil. Wie war's ihr? So geil. So geil. ich schaue wäre aufräumend alter mein auto ist kaputt man ja ich bin so gegen gegen so ein scheiß koffer gefahren alter wirst du da raus lassen was bist du das wo ja ich hab das ja 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 Die Waffe auf den Boden legen, Herr Getthorn. Ich hoffe, ich bin jetzt bei Ihrem Haus. Ey, jetzt haben sie mich wieder getasert. Hallo? Herr Getthorn, Sie haben Ihre Einfix für Strongfix. Wo stehst du? Wo stehst du? Ja, da gibt es Platz. Ich werde Ihnen die Waffe jetzt. Hallo, Chef. Ich verstehe etwas, was Sie von mir wollen. Da sind die ganze Zeit Sirenen. Bitte was? Ich verstehe Sie nicht. Was sollte ich machen? Sie sollten die Waffe auf den Boden legen. Ja, dann sollen Sie mal Ihre komischen Sirenen da ausmachen. Ich gebe Ihnen jetzt noch eine Chance. Ich gebe Ihnen jetzt noch eine Chance. Okay? Die Waffe dann sofort auf den Boden legen. Wenn es jetzt nicht klappt, dann wird Ihnen die Waffe auf den Boden legen. Siehst du? Siehst du? Oh! Ich bin oben im Haus. Ne, ich sehe dich nicht. Ah doch, ja. Sag zu denen, sie werden sterben. So. Entweder ich darf jetzt loslaufen oder ihr werdet sterben. Ist einer weggelaufen von dem Boden? Nein. Ach, Mann. Warum werden die immer mit rot? Kann es nicht einmal einfach sein. Schießt du gleich? Warte, ich soll schießen. Drei. Zwei. Eins. Darf ich laufen? Okay, also. Scheiße, der hat mich schon wieder getasert. Ist er zu tot? Ne, ne. Der liegt noch da. Achtung, der hat mich gesehen. Jawoll, tot. Lebst du? Ja, ja. Ich komme hoch zu dir, bloß ich bin verletzt. Kannst du Waffen? Ich kann nicht rennen. Ne, ich habe mich am Medikill. Ich komme hoch zu dir. Ja, ja. Ich kann aber nur sau langsam laufen. Alter. Bist du da noch aus? Ja, ja, ich komme die Treppen hoch. Warte, 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 komm hoch. Komm komm komm, lauf, 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 ich halte es gleich Gehen wir gleich in den Raum hier ran Alter, lauf! Ich kann das schneller Alter, die Polen kommen Komm, ich halte es schnell Ja, ja, gut, geht wieder Jawohl Und jetzt hat was geparkt Boah, CE-Gas Schau durch die Tür, ich schau nach draußen, ok? Sehr schön Oh, der, der ist vor der Tür Sofort, dann aufhalten Der wirft das 9 in den Punkt Der ist rechts, der ist rechts Der hat flash, der hat flash, mach die Tür zu, mach die Tür zu, mach die Tür zu Mach die Tür zu Ich kann sie nicht, ich krieg sie nicht Der ist noch, scheiße, Mann Hab das ganze Magazin auf den gezogen, Alter Und der stirbt nicht Ich kann den hier töten Ey, ich hab eine Bahn Zwei Kill Safe Zone Ey, frag mal wieso Ey, frag die mal wieso, was die Scheiße soll, ich hab dich nur gerettet Genau, vorgesagt haben wir es auch Angesagt, hier Nichts rolliert, Alter, der wird dann schon Simon, verlasse einfach Oder belebe den wieder Ja Ja, jetzt wurde gebannt Simon, wurde gebannt Wurde gefahren Ja, dann gehen wir jetzt dann auf den anderen Ja Ich hab mich erwartet Ich hab mich erwartet Ja, ich hab mich erwartet Ja, ich hab mich erwartet Ich hab mich erwartet Ja, ich hab mich erwartet Ich hab dich Wie geht es ab? Hast du schon den neuen Säuber? Ne, ne, ich bin da gerade noch, ich schaue, ob ich noch jemanden mitnehmen kann. Einen Sanitäter habe ich noch weggehauen. Eigentlich dürfen wir gar keinen Vorhandel geben, denn es war angesammelt. Warum nutzt es mich? Jetzt drehen wir einen Schautel, ja, jetzt müsstest du es schaffen, heizvolle Körner auf den Zug, dann können wir es sonst, weil wenn wir gebannt werden, dann möchte ich es nicht verbrochen. Hä, was? Ja, komm, heizvolle volle Körner auf den Zug. Ja, aber dann ist es ja... Oh, oh. Der ist ja nicht gerade am Start. Was ist die, Alter? Total geil. War das der Kopf, oder was? Ne, ne, das war der Typ. Wo? Nicht, wie heißer ist das Ding? Äh, Kontra Pro. Äh, ich weiß, ich muss nichts bestes angefangen. Komm, mach das Auto von denen jetzt richtig kaputt. Warte, der ist da hin. Ah, die reparieren. Komm, ey, heiz jetzt volle Kalle auf den Zug. Na, dann ist es doch schon wieder gleich vorbei. Warte einfach. Warte, das ringe. Solche Idiot. Schau, wie du das bist. Alter, was ist das für ein Kott? Das ist auch das jetzt schon zum zweiten Mal kaputt von denen. Ja. Ja, das musstest du dann gleich sofort fertig machen. Haben die Kopfschule geackert? Ne, ne. Ich finde das nicht gut. Machen wir Mut raus. Ne, ne, der kommt. Ich seh ihn schon. Oh, der hat eine Waffe. Äh, hallo? Waffe gar nicht, aber scheißegal. Komm, wir fahren den, Marco. Ey, ich darfst dir. Schüsse den Kapital hat ziemlich dicht an. Ich habe nur wirklich geschlafen. Was hast du zu? Ja, aber ich darf es tun, ihr Schweine. Was die tun? Was die tun? Ich rieche die ganze Zeit in Zeit, Geschmack. Na. Nein. Dau. So hüi'n. Dau. 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 Alter, was für'n Aufwand, nur wegen so'n scheiß Automa? Ja, der fährt immer noch hinter uns, ne? Alter, das ist ja... Ach, wenn es wegen sowas gibt, wann wird es nur... Bist du denn noch hinter uns? Da vorne ist er... Nein! Da! Ah! Heize über den Duber, komm! Heize über den Duber, komm! Heize über den Duber, jetzt! Der kann vorausziehen dürfen! Bitch, man! Komm, fahrt zum Polizeicum, heize voll drinnen! Ja, warte, ich will dich noch ein wenig ärgern, du bist schon schon drüber! Steht bleiben! Ah, ich hab schon wieder da einen Admin-Pick bekommen, weil ich selbst schon gelesen bin! Ja, du bist gerade am Farmen, Alter! Oh! 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 Der kann halt null fahren, der Typ. Ey, wir sind sowas von am Arsch, wenn der uns erwischt. Ich falte mal hinten die Kamera und sag dir, wenn du kommst zu mir. Ey, wie viel Sprit haben wir noch? Ja, nur. Eigentlich müssten wir für das, was wir jetzt hier machen, schon gebangen werden. Haben die so feste Zehnen? Keine Ahnung, als der recht eng ist, da kommt der bestimmt noch nicht. Ja, der wird andersrum fahren. Aber alter, das Gehalt ist ja nicht schlecht. 3,5 alle 5. Oh, da vorne ist er. Bleibt mal stehen, bleiben jetzt genau hier der. Oh ne, fahr, 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 fahr. Kann man nicht polizei geschrieben, aggressiv bei E-Food und Verwalla. Ey, der kann null fahren, ey. Null. Ah, der eine ist tot. Der eine muss tot sein. Die wollen halt nichts machen, ey. Nein, der kann nicht um die Ecke fahren. Was ist das für eine Ding? Warte, ich schau mal. Marco wurde gekippt. Haha, der wurde gebannt mit Ifrit. Weil ich der Polizei geschrieben hab. Ey, denkst du der Ifrit steht doch jetzt da? Knack mal den. Denkst du jetzt offen? Ja, ich denk schon, oder? Warte, springt mal einer von euch raus. Warte mal gut. Spring raus. Wo ist der Ifrit? Ich hab da. Volltreffer, der ist offen. Geil. Lass nicht fahren. Aufsteigt, einsteigt, einsteigt, einsteigt. Ja, ich war für den Ding wieder her. Der große Nies, Alter. Verkaufen? Oh, scheiße. Ich hab das Auto nicht durch. Ey, warte, halt an und lass ihn mit einsteigen. Na, verkaufen, scheiß doch drauf. Jetzt haben wir schon ein richtiges Troller-Fahrzeug. Jetzt sind wir aufs Kavala raus. Jetzt sind wir auch noch gebannt. Tobi, war das nicht unser Ziel, wo wir auf uns selber drauf sind? Ja. Also. Kann ich noch was Bescheid anstellen. Autoschieber und Waffen holen? Ja, komm. Warten wir nicht so auf uns, Simon. Oh, da kommt die Polizei. Oh, ich hohe. Ich hab eine Frage. Das ist der Sieg bei Ifrit im Kappert. Also das für den Ifrit wollte ich nicht. Ich wusste das nicht. Ich hab doch nicht mehr Auto geklaut. Simon, fahr von Autos wieder. Ich fahr Richtung Pfirsichfeld. Wo seid ihr? Man ist ein Autoschieber. Schau mal, was ich schieben bin. Die Bullen haben nix drauf. Ja, wo ist der Autoschieber? Der weiß ich doch nicht. Der ist irgendwo unten weg. Aber Simon, fahr über den Berg und dann schand mit dem Ding weg. Abonniert. In jetzt zum Beispiel. Ich bin ein und nicht auf euch, In jetzt gibt es einen Autoschieber. Und dann schriften Sie das, die man los probieren. Auch die Abonniert. Ich habe mich.